Hallöchen meine Tintengleckse, hier ist wieder euer Tintenbaron. Ich war ja nun längere Zeit inaktiv und in diesem Video wollte ich euch einfach mal klären, warum. Denn der Grund dafür hat auch einige Auswirkungen auf die Zukunft von diesem Kanal. Es fällt mir etwas schwer, darüber zu reden, aber ich finde, dass ihr es einfach verdient habt, davon zu erfahren. Ich habe psychische Probleme, hauptsächlich Konzentrations- und Wahrnehmungsstörungen, aber auch soziale Ängste und soziale Unbeholfenheit, sag ich mal. Dieses Problem habe ich schon länger, aber erst seit etwa einem Jahr unternehme ich etwas diesbezüglich. Aus diesem Grund befand ich mich vor einiger Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung, allerdings nur ambulant. Dort entschied man, dass das Beste sei, wenn man mich stationär behandeln würde. Als ich dies erfuhr, war ich erst mal sehr geschockt, denn während einer stationären Behandlung könnte ich ja keine Videos mehr machen. Also dort, wo ich dann behandelt werde, wenn ich dann dort im Hause bei denen bin, kann ich ja schlecht irgendwie Videos während der Zeit machen. Ich meine, wahrscheinlich haben die ja noch nicht mal Computer wirklich. Also zumindest nicht zum privaten Gebrauch wahrscheinlich. Und wie lange diese stationäre Behandlung dauern sollte, das konnte man mir nicht sagen. Es brach damals für mich einfach eine Welt zusammen, als ich davon erfuhr. Also ich dachte, dass das dann halt wirklich das Ende von meinem YouTube-Kanal bedeuten würde. Ich sah allerdings auch keinen anderen Ausweg, also willigte ich ein. Mitte Februar endete mein Aufenthalt in dieser psychiatrischen Einrichtung, also der ambulante Aufenthalt, bei dem ich nur tagsüber dort war. Wann die stationäre Behandlung dann beginnen sollte, das konnte man mir noch nicht sagen. Ich beschloss, noch ein letztes, großes Projekt zu starten. Meine bis dahin beste, von mir selbst geschriebene Creepypasta, Liebe macht Wahnsinn, die war zu diesem Zeitpunkt bereits über fünf Jahre alt. Und ich wollte nicht, dass es so bleibt. Ich fühlte mich, als ob ich mich von damals an nicht wirklich weiterentwickelt habe. Also von der Vertonung her, von der Audioqualität und so weiter, daher schon, ja, aber nicht wirklich vom Schreiben her so richtig. Und ja, ich wollte nicht, dass es so bleibt. Ich wollte mich selbst übertrumpfen, quasi. Eine Idee, also für eine selbstgeschriebene Creepypasta, die hatte ich bereits, seit einiger Zeit. Und so begab ich mich dann ans Schreiben. Das Schreiben allein hat mehrere Monate gedauert. Und aufgrund der Länge der Geschichte brauchte ich auch, ich weiß nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall mehr als eine Woche, zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Aber es hat auch länger gedauert, die dann zu schneiden, wirklich, bis ich die dann halt im Endeffekt hochladen konnte. Ende Mai war Sumpfdotterblume, dann endlich fertig. Und ich kann auch ohne Zweifel sagen, dass meine beste Creepypasta überhaupt geworden ist. Sowohl vom Schreiben her, als auch von meiner Vertonung und vom Schnitt und allem her ist mein bestes Video überhaupt geworden. Also was das angeht, war ich vollends zufrieden. Ein paar Wochen zuvor, also bevor ich Sumpfdotterblume fertiggestellt hatte, sagte man mir, dass man mir bald einen Termin für ein Vorgespräch bei der psychiatrischen Einrichtung, zu der ich gerne gehen sollte, also der stationären, geben könnte. Daher fand ich es für das Beste, einfach eine Pause einzulegen und einfach abzuwarten, denn wie gesagt, ich ging davon aus, in ein paar Wochen wird es wahrscheinlich losgehen. Und in dieser kurzen Zeit, die mir dann noch geblieben wäre, also die ich dachte, die mir blieb, da hätte ich nichts Großes mehr auf die Beine stellen können. Und ich wollte halt, dass mein letztes Video wirklich was Besonderes ist. Nachdem ich nun nicht mehr mit Schreiben und Schneiden beschäftigt war, begann ich viel nachzudenken. Wollte ich wirklich alles aufgeben, was ich mir hier aufgebaut hatte? Soll es das wirklich gewesen sein? Wollte ich meine Kunst wirklich an den Nagel hängen? Nein, denn egal wie ich es auch drehe und wende, meine Kunst ist und bleibt ein integraler Bestandteil meiner selbst. Und die Erfüllung, die mir diese Videos einfach bringen, kann mir nichts anderes geben. Sicher, ich habe auch andere Interessen, aber bei nichts anderem verspüre ich diese, ja, diese gewisse Magie, quasi. Wie beim Schreiben und Vertonen. Ich bin der Tintenbaron. Und das werde ich auch immer sein. Daher fasste ich dann einen Entschluss. Wenn die stationäre Behandlung abgeschlossen ist, werde ich wieder Videos machen. Ganz egal, wie lange es dauert. Warum bin ich dann aber jetzt schon wieder zurück? Nun, weil ich es einfach vermisst habe. Mir hat einfach etwas in meinem Leben gefehlt. Ab wann und wie lange werde ich weg sein? Nun, ich hatte vor ein paar Wochen das Vorgespräch, das ich vorhin angesprochen hatte. Und dort erfuhr ich, dass die stationäre Behandlung nur etwa acht Wochen gehen würde. Allerdings, also es ist so, man konnte mir noch nicht sagen, was danach, also direkt danach quasi passieren wird. Das hängt nämlich ganz davon ab, was während der Behandlung rauskommt. Wahrscheinlich aber würde ich in eine, ja, andere Behandlungsstätte, sag ich mal, kommen. Wahrscheinlich auch stationär, indem es dann quasi weiter auf eine andere Art und Weise ich dann behandelt werde. Ähm, naja, und wie lange das dann geht, davon habe ich keine Ahnung. Also das weiß ich nicht. Ähm, wann würde es losgehen? Ja, davon konnte man mir noch nichts sagen. Äh, ab wann und wie lange ich inaktiv sein werde, kann ich daher noch nicht sagen, halt. Ich weiß, es ist vielleicht traurig zu erfahren, dass ich bald wieder für längere Zeit weg sein werde. Vor allem, nachdem ich bereits mehrere Monate inaktiv war und, ja, erst seit ein paar Tagen wieder da bin. Aber ich wollte einfach wieder Videos machen. Das ist, es hat mir einfach wirklich gefehlt. Und, keine Sorge, ich werde wiederkommen. Versprochen. Und ich habe auch schon so viel geplant, worauf ihr gespannt sein könnt. Äh, auch, ja, neue Formate, kann man sagen. Äh, wie gesagt, ich will es noch nicht verraten, weil das ist, wie gesagt, noch lange hin. Aber die Ideen sind mir auf keinen Fall ausgegangen. Äh, im Gegenteil. Ja, ähm, danke auch an alle, die nach all der Zeit noch immer meine Videos schauen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, eure Kommentare unter meinem letzten Video zu lesen. Ähm, vor allem nach, ja, nach, gerade nach einem Tag erst, wisst ihr, dass da dann trotzdem noch einige von euch das kommentiert haben. Also sofort am ersten Tag quasi gesehen haben, nachdem ich es hoch gelernt hatte. Äh, es hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, nun, jetzt wisst ihr Bescheid. Also dann, bis zum nächsten Video. Euer Tintenbaron. Ich SPREIT. ệ мод 워- ham im Ich SPREIT. Ich SPREIT. Wir sind die banalischenнитьgegen, wir fokus�. Vielen Dank.